Hallo Überlebende, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, Freitag, Zeit für 7 Days to Die. Heute mit Damenunterstützung, Damenpower, denn die beiden Bienes sind da. Einmal die Kitty und einmal die Biene. Hallöchen, ihr zwei. Hallo. Hallöchen. So, und wie ihr seht, ich stehe immer noch hier oben auf dem Lichtmast und Deichsel ist auch dazu. Yay, es ist ausgeglichen. Hallöchen, Deichsel. So. Du tust es nicht machen. Äh, ich habe um halb die Party aufgemacht, mein Guter. Hab ich schon gesehen, deine. Ja. Ja, blind auf beiden Hühneraugen. Und so. Ey, jetzt bin mal die Frügel dazu, ich bin hier drin. Ich werde jetzt hier schön weiter den Lichtmast zerlegen, während Deichsel noch dabei ist, so viel zuzujoin und mich dann gleich hier unterstützt. Hör auf zu grinsen. Damit wir hoffentlich nicht wieder mit CE-Fehler fliegen. Und Biene und Kitty sind zusammen in der Base und machen dort die letzten Vorbereitungen für die nächste Blutnacht. Ne wo? Ne wo? Was für Vorbereitungen. Munition herstellen, wenn ihr könnt. Das kann ich nicht. Fallen, vorbereiten, gucken, dass alles in Ordnung ist. Ich gehe lieber Steine klopfen. Dann warte ich bis Deichsel zurückkommt. Äh, Deichsel kommt erstmal hier zurück. Ja. Und außerdem bin ich zurück. Du bist zurück, wo? Ich stehe hier unten an der Tiste. Okay. Warum auch immer ich an der Tiste stehe? Ich bin auch nicht dort, wo ich immer bin. Vor allem, ach wir haben, wir sind ja geflogen und sind noch nicht wieder reingekommen. Ja. Er hat uns noch nicht wieder eingeladen. Ach so, wir sind nicht ins Bett gegangen. Ne, weil wir doch mit CE-Fehler gefahren sind. Nicht wir, ich bin ja letzte Woche wieder mit CE-Fehler geflogen. Deswegen wäre es gut, wenn Deichsel gleich wieder zu mir rumkommt. Ah, der Mod ist da, zumindest einer von den beiden. Ja, ich habe ihn eben schon begrüßt, wie sie. Allöchen, wie sie. Ist das gut noch? Nee. Noch nicht. Vielleicht gleich. Das werden wir sehen. Also bis zu den Munitionen sind 700, äh, 54 Stück. Hallo, wie sie, guten Abend. Dann, Biene, wenn möglich, wäre es super, wenn du draußen einmal die Fallen prüfen könntest. Diese Holzstacheln oder wie? Gucken, dass überall mindestens zwei, besser drei Reihen stehen. Nur gestehen zu langsam. Ach, mein Bein ist gebrochen. Ich habe was anders verstanden. Was? Sein Bein ist gebrochen. Ich habe was anders verstanden. Ja, ja. Das Brückebein sei gebrochen, haben die beiden verstanden. Ey, was ist ja wieder, denk nur zauerein, die alten Schreiner. So sind wir hier hingeraten. Hallöchen, Kari, schön, dass du mal wieder da bist. Und, äh, und, Laui, schön, dass auch du da bist. Äh, 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 Kari, Laui meint mich mit der Migräne. Ich habe gestern nicht gestreamt, weil ich gestern Migräne hatte. Ich bin ja aktuell noch erkältet, so in den letzten Ausläufern. Und, äh, ja. Ja, gestern habe ich halt nochmal einen Migräne-Schub bekommen und deswegen kurzfristig dann nicht gestreamt. Und, äh, ja, das meinte er. Hallo. Äh. Heule. Was? Er sagte Heule oder Eule? Eule. Ah, Hallö, Sack. Ja, hab ich. Wie geht's denn in Blütenstand, Bein? Ich bin nicht eingetreten, aber wo? Ich muss ja raus. Ich muss ganz weit. Ja, du musst zu mir kommen, damit wir hier keine MCE-Fehler kriegen. Ich bin, darf ich erst einmal hier auslernen, Herr von ihm zu. Ich bin da sicher auch noch auslernen. Ja, tu nicht. Cari, du, alles gut. Du konntest das ja nicht wissen, dass er mich meint. Aber ist, äh, schön zu hören, dass du dich angesprochen fühlst. Aber von und zu kiste ist. Ja, das soll so sein. Der ist Frau von und zu, ähm. Wenn du willst, wie, ähm, schüss, ist es nur ein Auseinandergehen, da kannst du die Auseinanderbauen und kannst du dir eine sexuelle Woche herrschen. Ja, wir haben so viele Füße drin. Jo, macht das. Lasset dir schmecken. Gut, mein, äh, lau-i-trick. Er trinkt gerade wieder Wasser mit Apfelessig. Boah. Das ist gut, ich kann sie gar nicht mehr geben. Das ist kein Füße drin. Ja, das macht er für seine Figur ein bisschen was, also, ne? Das macht er, weil er es möchte und gut ist. Aber der menschliche Körper braucht auch Nahrung, nicht nur das. Ja, nee, nicht nur das, das ist richtig. Tschüss, schöne Frau. Wem hast du gerade angeguckt? Ich. Achso. Denkst du, ich guck die Wand an? Ja. Ja, ich habe die Liebesgewuchtigkeit. Oh je. Ich habe, was ich nicht, das liebt sich, oder wie war das? Prost, genau, Kari, du sagst es. Gucken, habe ich irgendwas gerade übersehen? Oh je. Äh, da, 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 da. Ja, da, ich habe heute auch Migräne und, äh, habe was in meinem WhatsApp-Status gepostet. Deswegen bin ich gerade so verwirrt. Achso, ja dann. Gute Besserung. Ähm, mir helfen Schmerzmittel, also Kopfschmerztabletten mit Koffein. Weil mir helfen ja sonst nichts, äh, mir hilft ja sonst nichts an Schmerzmitteln. An Schmerzmitteln und ich bin ja auch lustigerweise gegen die meisten Schmerzmittel allergisch. Deswegen, also, wenn du das gleiche Problem hast, probiere sie einfach mal. Halt. Ne, mehr als nicht klappen kann es nicht. Wer hat denn hier Metall? Ich. Ich stehe bei uns am Furt und höre deinen Metallschlagen, Huckel. Ja, ja, hallo, ich bin ja hier über allen Dächern, das Halt hier. Ist die Freiheit noch grenzenlos. Aber ich hoffe, Kari, dir geht es abgesehen von der Migräne, die du gerade hast, soweit ganz gut. Nun. So, hier noch ein bisschen was wegpacken. Gut. Ist das Schöne, ich gehe jetzt nicht mehr rum und sammle alle Holzdinger hier ein, dass ich mitkriege, wenn ich mich hier so drehe, nehme ich mit. Was ich nicht mitkriege, kriege ich nicht mit. Ganz einfach. Oh. Und tschüss. Weil ich habe auf alle Fälle genügend dabei, dass wir uns gleich auch auf den nächsten hochbauen können. Nämlich kann man mit Essig jagen, weil ich musste als Kind mal Essigwasser trinken, weil ich hyperaktiv war. Und deswegen kann man mich mit Essig jagen. Was hast du? Warum leidest du, Deichsel? Na, heute nicht leicht. Aha. Heute ist dein Leben nicht leicht. Der Tag zum Schaden. So. Ich freue mich auf den Besuch, den wir gleich haben. Welcher Tag ist es nicht? Wir kommen nämlich eine zweite Katze, also einen Kater. Oh, dann hast du ja ab jetzt immer einen Kater. Ohne was zu saufen. Oh. Nein, ihr sollt. Gelb und Kitty ist blau. Ach so, genau. Ich muss euch ja auch noch. Ich habe mich gerade nicht gesehen, deswegen hat mir das angefangen. Ja. So. Die Biene ist... Nee, die Kitty ist grün. Na. Heute ist die Kitty grün. Der Deichsel ist blau, wie immer. Und die andere Biene ist heute gelb. Yay. Heute haben wir eine gelbe Biene. Wie sich das gehört. Und einen blauen Deichsel. Wie sich das gehört. Ja, das meinte ich ja. Du hast jetzt schon eine Katze. Und dann in Zukunft hast du immer noch einen Kater. Also ab nachher kannst du immer sagen, wenn dich jemand fragt, was Neues gibt, sagst du immer, ich habe einen Kater. Ja, ich höre Deichsel so langsam in meine Richtung kommen. Da sehen wir ihn da unten. Da cruisert er durch die Gegend. Da ist ihn gerade gemacht. Ich glaube, du warst noch im Stadion, die Kleiderdinger leer machen. Und dann bin ich gerade genau. Ah, ja. Falls ihr euch fragt, was ich mache, äh, was? Puh, killse cat, war das wieder essig, ja. Aber nein, wir killen hier keine Katzen. Ja, ich habe zwar so eine blöde Tierhaarallergie, dadurch bin ich kein Freund von Tieren mit Haaren, aber das heißt ja nicht, dass wir sie killen müssen. Lowie, nur damit du Bescheid weißt. Äh, Kari ist, äh, von Vampy die Schwester, also überlege dir, was du sagst. Wie geht's sonst petzen? Ja, tun doch Mühe. Uff, na und? Du wolltest ja nur gesagt haben, ne? Warnung ist raus, weil du weißt ja, wie Vampy sein kann. Weißt du was? Eins, zwei, drei. Ja, ja, genau. Vampy weiß, wer du bist. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Aber was sagt ihr dazu, dass schon wieder Freitag ist und Wochen? Sehr gut. Ja, natürlich genauso. Ist zwar der letzte Tag meiner Krankschreibung, aber mir geht's auch wieder besser. und ich hoffe, dass das auch am Wochenende so bleibt und ich dann ab Montag wieder arbeiten gehen kann. Ja. So, zack, 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 alles einmal weg hier. Tschüssi. Äh, stürzt dir halt auch ab. Was? Äh, bin nun Montag und Freitag in der Elmo. Ah, okay. Und, war das so schlimm, worüber man mit dir reden wollte? Oder war das nur wieder zu viel Kopfkino? Beziehungsweise hast du das mit deinem Gehalt geklärt? Da passt soweit. Da passt soweit. Da passt soweit. Da gab's ja Probleme. Na, siehste, sag ich doch. Hab doch gesagt, da steckt keine böse Absicht dahinter. Ist ein Buchungsfehler. So, haben wir jetzt alles hier eingesammelt. Haben wir. Dann kann ich jetzt, während wir da mal gerade den Stein abbauen, doch mal eben meine Dose aufmachen. Energie tanken. Deswegen. Prost, der Kind. Prost. Prost. Dass die Gurgel nicht verröst. Das, was nicht verwest? Die Gurgel nicht verröst. Ah. Ja. Dann wäre uncool, wenn die Gurgel verröstet. Ja. Seid ihr irgendwann Blut noch? Ja, Biene hat das vorhin nochmal gesagt, es müsste heute Blutnacht sein. Ja. Und deswegen hat sich ja Biene drum gebeten, die, äh, den Außenbereich zu sichern. Weil wir beide ja gerade hier unterwegs sind. Ne, was denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Kesselchips. Ja. Kesselchips sind immer lecker. Oh, 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 oh. Ist das hier am Rucken gerade? Also. Ich bin auf alle Fälle nachher zu zweit. Nachher nach. Gut noch, du wirst du dann nicht. Mal kaufen fahren. Das war so viel, ne? Ach, du bist schon gar nicht mehr hier? Ja, ich bin voll. Ich muss das hier stück heute oder alles auslernen. Ja. Ja, hoffentlich fliegen wir nicht. Äh. Wenn, dann erst mal 47 Minuten. Ja, weil es bei mir gerade ganz gut am Rucken ist. Auch bei mir hoch. Ja, was will ich denn dort warten, wenn ich voll bin, ne? Ja, ich weiß. Es ist doof. Müsste man mit 2 Minuten ziehen fahren. Aber wenn trotzdem wieder einer warten will, ist ja Spaß. Im Endeffekt müsste man alle 4 hier sein. Dann gemeinsam hier alles abbauen. Ja, aber Kesselchips, die haben halt den Vorteil, die sind nicht ganz so fertig. Deswegen hätte ich die lieber als normale Chips, wenn die vorhanden sind. Hast du mal Chips aus Zuckerrüben produziert? Ne, Zuckerrüben nicht, äh. Oder? Ne, wie heißt denn das? Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Es gibt doch hier, äh. Es gibt doch hier auch die Pommes. Nicht aus Kartoffeln, sondern? Süßkartoffeln. Aus Süßkartoffeln, genau. Und aus Süßkartoffeln die Chips, die sind anders. Ja, das. Hm? Blaugos. Also. Dachte gerade. Ja, die Kiste meint, ne? Ähm. Wenn du wiederkommst, bring mir bitte noch 2 Spitzhacken mit. Ja, und bei den Süßkartoffeln, sowohl bei den Chips als auch bei den Pommes, solange man sie nicht in Fett badet, ne, die sind ja auch wieder recht gut, weil die ja auch wieder nicht so viele Kalorien haben. Also wenn ungesund, dann vernünftig ungesund. Und, was gab's heute so zu essen bei euch? Erzählt mal. Bratwurst und Bolette. Hm? Selbstgemacht natürlich. Nicht schlecht. Spaghetti mit Gurkensalat. Was? Spaghetti mit Gurkensalat. Das kenne ich auch nicht. Gurkensalat kennst du nicht? Spaghetti. Spaghetti mit Gurkensalat kenn ich wie. Ich kenne Korkoffeln mit Gurkensalat und Ei. Das kenne ich ja auch. Spaghetti kenn ich nicht. Die Zusammenstellung kenne ich nicht. Ok. Ich muss das mal ausberätigen. Schmeckt lecker. Ich kann mir das vorstellen, dass das mal was anderes ist. Hm? Ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte richtig Appetit auf Bolette und Bratwurst. Ok. Am Morgen schon? Ich bin wach geworden und hatte Appetit. Habe erst um eins gekocht und um eins halb zwei. Achso. Ja. Jetzt sagt man jetzt. Ich dachte zum Frühstück. Ach quatsch. Warum nicht? Bunlette zum Frühstück. Warum nicht? Fertig Salat. Hm. Man kann auch Gurkensalat recht gut selber machen. Ok. Das geht ruckzuck. Geht ruckzuck. Gurgewirbeln. Dann das ganze Zeug dran, was du dran haben willst. Wie machen willst. Und fertig. Eine vordere Stunde ist das. Und den letzten durchziehen. Ja. Ich mache meinen Gurkensalat immer selber. Ja. Das schmeckt am besten selber. Ja, ja klar. Alles schmeckt selber besser. Also selbst gemacht besser. Hm. Wenn ich mal überlege, wenn ich mal wieder machen würde, ne, so richtig leckeren Kartoffelsalat. Hm. Was hast denn du nun gegessen, Dine? Gar nichts. Hast du nicht was essen? Ne, weil ich hatte, dass ich ihn dafür gekauft habe, erst und habe mich gegessen. Ok. Und was? Bekanntes Mondfesal. Mondfesal? Ja. Was glaub immer das ist? Ja. Das ist ein Mondsemmel einfach. Ah. Ok. Bekanntes mit Schinken und so. Bekanntes mit Schinken? Mit Schinken ist Salatfeser. So von Anker oben. Also belegt. 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 Lecker. Anker ist nicht gut. Anker ist nicht gut. Anker ist das Beste. Aha. Nur Salatblätter only. Ne. Laui. Wenn. Man kann ja auch mal so einen richtig schönen Salat essen. Da spricht doch nichts gegen. Ne. Und ich mache gerne Kartoffelsalat, allerdings ohne Mayonnaise. Also mit Essspiegel? Auch nicht. Essspiegel? Nein, ich mag keinen Essig. Und ich habe da ein Dressing. Ich weiß gerade nicht voraus das besteht. Das ist das Problem. Wo hängst denn du rum? Ich. Links vom Stadion häng ich. Draußen? Ja. Und. Ja. Wegen deiner. Spitzecken. Ich kann nicht rennen. Einzelne. Willst du die Einzelne noch haben? Ja. Ich nehme alles. Ach die. Okay. Ja. Das war der Letzte. Ja. Und nicht Stahl. Hier sind noch die Autos. Also das eine Auto hier vorne habe ich jetzt geprüft. Aber hier stehen noch ein paar Autos, die du noch looten. kannst. Oder vielleicht. Ja. Mach erstmal die. Äh. 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 Das hier ist nur ein Skelett. Dann können wir das. Wenn ich einen Anhänger an meinem Moped machen könnte, hätte ich dein Moped mitgebracht. Ja. Ja. Das glaube ich dir. Und an meinem Moped hättest du Dines Moped und an dem Dines Moped hättest du Kitties Moped. Ja. Und dann hätten wir noch drei Moped hättest. Ähm. Dine. Du Dine. Nicht geht dir Dine. Ähm. Wenn Deichsel sich auf den Weg zurück macht, würdest du dann dich auf den Weg zu mir machen? Einfach, damit hier jemand ist, damit das Risiko für einen CE-Fehler geringer ist. Jetzt muss ich hinfahren, dann warten bis Deichsel kommt und wieder zurückfahren. Du kannst natürlich auch, äh, dann schon mal was abbauen hier. Oder mitnehmen oder wie auch immer. Oh. Es war nur ne Frage. Ansonsten bleibst du zu Hause und wir hoffen, dass das klappt. Das hat dann ohne CE-Fehler klappt. Ich bin doch immer gleich wieder da. Aber du musst dann. Oder Deichsel wechselt nur das Motorrad und ist direkt wieder auf dem Rückweg. Ja, ich muss ja, ich bin mein Event auch, was ich drin hab. Ja, dass, äh, dass du ein zweites Motorrad hast, dass du nur wechselst und die Biene dann leerräumt. Naja, du musst ja nämlich alles bieten lassen. Nein, das ist doch in Ordnung. Es war ja nur, weißt du, ich hab halt die Sorge, dass wir wieder mit CE-Fehler unterbrochen werden. Ja, dann ist es halt so. Pech gehabt. Ja, aber es ist nervig. Nicht nur für uns, auch für unsere Zuschauer. Ja, ist nervig, das stimmt. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Kann man wohl nicht ändern. Ist ja nicht böse gemeint. Mhm. Außer Schwachsinn, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt voll bin, dann ich da stehen bleibe. Warte, bist du auch mal voll. Ja, klar. Dann, wenn du gleich Metall hast, ähm, kommst du kurz bei mir vorbei, dann gebe ich dir ein bisschen was mit, was ich habe. Alright. Ich практически nicht mehr Verar' da, was ich jetzt hier ein bisschen was nehme. Ja. Hm. Ja. Warte, är du. Warte, warte. Warte, warte, warte. 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 Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ich bin voll. Ich bin wieder weg. Oh, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Was denn? Das kommt nicht. Aber da kommt eine ganze Herde. Oh oh, ich muss weg. So Leute, ich möchte, dass ihr das mal bitte berücksichtigt. Deichsel ist da hinten an dem Auto, was ihr am oberen linken Rand seht. Und da hat er gerade Zombies. Nein, ich stehe nicht im Auto. Ich bin mit diesen alle reingekommen. Ja, ja. Aber ich stehe hier draußen und habe keine Zombies. Das meine ich. So, dann haben wir hier die Seite gleich soweit fertig. Machen wir jetzt hier noch den Zaun weg und dann geht es da hinten rum. Komm rein, du Idiot. Hier. Deichsel ist groß und stark, da muss ich nicht nachgucken, aber da ist es mit den Zombies schafft. Ja, die männlichen, die gehen, die weiß ich nicht. Da sind wir dann gar nicht. Hast du was gesagt? Nein. Das Zabbel zieht du noch rum da. Ihr zabbelst da so spät noch am Garten taunen. oder was Einmal hier kann man immer mal trinken. Oh, das ist alles dicht. Zehn, zwölf Stück. Weil, warum die nicht zu dir kommen? Du stehst zwei Meter weiter. Ja. Dann müssen die zu mir kommen. Ja. Ich bin noch kurz unterwegs. So. Dann geht es Amos in drei Minuten. Hui. Was soll ich dazu sagen, Leute? Warum steh ich so? Zu warm, zu kalt, Hunger, Durst? Keine Ahnung. Hm. Ich brauche nicht einfach nur Sauerstoff. Ah gut. Das wäre ja mal was ganz neues bei dir. Ja. Keine Sicht nackt. Nein, sieh dir kühlende Kleidung an. Du hast da wohl noch einen Fuß dran. Also, jetzt kann man bald wieder vorne stattfinden. Au. Das war ein Loch. Nee, oder? Jetzt komme ich da hinten noch nicht mehr raus. Das war ein Loch. Ja. Als Handy würde doch erst über 1,4 Jahre hinterlassen. Was? Ein Loch. Hm. Ich würde doch nie sowas tun. Ich würde doch nie sowas tun. Hallo, Lufi. Ja. Hast du eben doch nicht geschossen. Du schwebst. Weißt du das? Ja. Wow. Ein schwebender Wurbit. Da bist du... Bleibst du draußen oder kommst du mit rein? Den nicht hier entgegen gehen. Kannst du... Machst du es nur noch da? Ja. Es sind alle leer. Du kannst ihn sonst nehmen. Ja, ich muss ja eh meine Inventars mal lernen. Ja, mach das schnell fertig. Ich muss jetzt schon in diese zweite Kiste reinziehen. Nicht aufstellen. Mein Gott. Ah, die neuen 138000 Prozessoren sind draußen. Mit intelligenter Grafikeinheit. Okay. Und? Was kosten die? Sind sie mal da so fünfstellig? Oder noch vierstellig? Wenn du davon anhaben willst. What? Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt wesentlich mehr erwartet. Und nicht nur 180 Flocken. Himmel. Ach so. Das ist der günstigste. Ja okay. Bis zu 400 Flocken. Das ist ja heute was hin und her gefahren. Heute. Ja. Nee. Aber besser als mit gebrochen. Den hin und her. Ja. Und das ist ja heute. Wenn du da noch. Ja. Und hier ist der günstigste. Ja. Oh. Ja. Ich hab nur noch 8% Sprit. Warte. Ja, das bekomme ich nach dem Plan. Ich rede ja nicht, ob wir aus dem Benzinkass und Benzin rauskriegen. Eigentlich ja. Aber nie, keine Ahnung. Zerlegen. Muss ich mal, äh, muss ich schnappen. Oh Gott. Hm, es ruckt gerade Leute, also es ist nicht die Übertragung, weil euch das gerade so leckt. Da kommt das hier. Ja, es ist irgendwo hinter der Mauer, vor der ich gerade stehe. Ich habe das Ding über Polizeistation fliegen sehen. Der kommt durch die Straße nach, die Straße weiter. Ja, dann kannst du das hier gleich mal einsammeln. Kann ich mal einsammeln. Kommt dann runter, oder bleibt dann durch die Straße. Der kommt meistens runter. Aber ganz langsam halt. Ja, er kommt runter. Der kommt runter. Der kommt runter. Der kommt runter. Kommt das auch noch mal machen. Ähm, von da aus. Lass dann gleich dein Motorrad da auf der Straße stehen und lauf mal Richtung Süden. Da kommt so ein kleines Zeltlager. Ja. Nee, das geht nicht mal. Was? In Wallow? Da kannst du auch in die Lüsten gehen. Es ist! Was ist? Ich bin noch nicht fertig. Plumps hoch in hoch reingeflogen. Ich komm nicht mehr raus. Okay. Ich hab einen Bruch. Ha, nicht nur ich. Ruhe. Ich hab's nur einmal durch öfter. Bist du sehr tief gefallen? Ja, äh, tiefen Schlag. Guck doch. Uh, hallo. Guck doch. Du bist gut, Kitty. Ich bin so weit weg. Wie soll ich da gucken? Da ist eins drin. Lass doch gucken. Ja. Und wie komm ich da jetzt raus? Soll ich mich töten, oder was? Nein. Biene, guckst du mal, dass du Kitty rettest? Jo. Da gibt's keine Leiter, gar nichts. Ja, warte ab. Jetzt bin ich da Biene nur noch drin, oder? Na, die Biene geht nach ganz unten und gräbt dich dann. Bist du an einem Pfeiler runtergefallen? Kann sein, keine Ahnung. Ich flieg irgendwann wieder weiter runter. Ja, lach nicht so. Ich lach auch, damit du auch ein Ballbruch hast. Geh? Ich schlache doch gar nicht. Ich schlache doch gar nicht. Ich schlache doch nicht. Warte, na, wenn wir das Traktor fallen, ich roll dich nicht lang. Das Traktor. Wenn ihr euch fragt, wovon die beiden gerade reden. Nach diesem Stream ist Kitty das erste Mal im L.S. unterwegs. Mit Deiche, Bauer Hanke, äh, und Biene. Und Dirk. Ach, Dirk auch. Ach, Dirk auch. Okay, von Dirk wusste ich jetzt nicht. Jo, geht auch immer. Ist auch dabei. Wo soll ich mir ein Zeitpunkt sein? Ja, ich komm schon. Warte, ich gucke, wo du bist. Ja, Richtung Süden musst du laufen. Du stehst nicht gerade Richtung Süden. Ich stehe hier Richtung Süden jetzt gerade. Ja, aber ohne Moped. Lass das Moped da stehen. Ja, ich spiele das Moped öfter. Ja. Und dann, weil dein Pfeil zeigt nicht gerade Richtung Süden. Deswegen, ne? Südminimal Richtung Südwesten. Und richte dich gleich aus und dann, also sag Bescheid, wenn du so weit bist. Und dann gucke ich nochmal und los bitte dich zu der kleinen Seltstadt. Oh, guckt mal Leute, da ist jetzt auch noch was, was man looten kann. Aber die sind jetzt hier mit dem Abbau beschäftigt. So. Hopp. So, ich richte mich aus nach Süden, Südwesten. Ja, ich gehe erstmal Richtung Süden. Aber die Spinde sind trotzdem noch nicht leer, ne? Hm? Die Spinde sind auch noch nicht leer. Ja, ja, ich weiß, aber da ist es eigentlich nicht so groß. Aber da gibt es manchmal einen guten Loot. Ja, das ist, äh, Dings. So. Oh, Moped. Duftgehe. Ne? Na, 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 na. Weiterlaufen. Ne, ich meine, das ist das nicht. Ja, es ist, das ist Militär. Ja? Ja, da gehe ich bestimmt jetzt nicht hin. Okay. Das kannst du, äh, ich gehe ich, ich habe auch kein Dingsgewehr mit, kein Scharfschutzgewehr. So ich die Minen wegschießen kann. Okay. Gehm. 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 Da waren wir doch damals mit Wemby hier gewesen. Ja. Da haben wir doch von hier oben, ähm, genau, das ist das Militärcamp. Da gehe ich nicht rein. Okay. Da müssen wir zusammen erst mal die Minen wegmachen. Ja. Wo hatten wir die hier schon weggemacht? Hallo? Hallo? Autsch. Wo, wohin genau? Äh, ins Loch. Da bin ich ja gespannt, wenn Dino da ist. Äh, ins Loch. Wenn ich jetzt da reingehe und ich explodiere, dann hat es Bogen gemacht. Blau, 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 blau. Jetzt gleich sehen wir nur noch so eine Explosion. Nein, er ist zu weit weg. Leider zu weit weg. Also, wir können es nicht sehen, wenn er explodiert. Und Deichsel, wenn es dich beruhigt, das ist das Minenfeld, wo ich in meiner ersten Folge reingerannt bin. Und von jetzt auf gleich tot war und nicht wusste warum. Leute, wenn ihr den Anfang dieser Serie, dieser Staffel, dieses Projektes, wenn ihr den Anfang dieses Projektes verpasst habt, dann schaut ihn euch an. Bist du bei dem Pfeiler da runtergeflogen? Ja, du bist bei mir gerade so... Ja, stopp, warte, noch ein Stückchen. Nein! Pfeiler! Nein! Oh no! Das war jetzt geil. Da war sie weg. Und beim Bruch. Hallo! Okay, also, wo seid ihr? Im Pfeiler. Im Pfeiler oder neben dem Pfeiler? Im Pfeiler. Wow! Ich mache ins Licht, ja. Oh, okay. Ach so, beim Bruch ist hoch. Ja. Lach nicht. Warum gehst du nicht von unten ran? Oh, weil ich es von oben lieber habe. Ja, aber wenn das doch schon so ein tiefes Loch ist, ja, da muss man halt auch mal von unten dran gehen und nicht immer nur von oben. Jetzt wird es auch. Das Loch gehört zugemacht, Kenny, bitte. Nein, du buddelst da doch eh alles weg. Ja, weder, da ist Elke, ich habe ein bisschen Salat, jetzt sitzen wir zweitens ins Loch. Wenn du hüllst, heißt der Bangeleiber. Na, äh, Biene, seid ihr, seid ihr ganz unten? Ja. Ich stehe auf Kitty. Ja, hallo. Du stehst auf Kitty, ah, okay. Ähm, Kitty, wenn du nach unten guckst und buddelst, machst du den Stein unter dir kaputt? Äh, äh. Ah! Okay, wir huschen weiter. Gut, dann buddelt euch nach unten. Ach, möö. Ja, klar. Ende, wie du Holz mit hast, ne Holzlader gefallen und dann nach oben fertig. Langsam, ich will nicht tief fallen. Ja, keiner hat gesagt, ich soll weiter buddeln. Ja, ja. Wo kommen wir da hin? In die Höhle, oder was? Irgendwann seid ihr ganz unten und da seid ihr dann automatisch in der Haupthöhle, wo ihr dann nur noch die Treppe suchen müsst. Wo die ganzen Zogenwiss sind. Da sind keine. Wow. Bist noch da? Ich bin da. Ja, sie steht ja auf dich. Schön festhalten da oben. Also sie wird nicht weg. Anna! Jo, ich bin hier. Komm. Sie spielt Papagei. Sie steht auf dich. In den Militärkämpfern habe ich auch keine Minentunne gewesen, oder? Wo ist die Leiter hier? Seid ihr ganz unten und du kannst nicht weiter runter buddeln? Ja, wir sind jetzt da in Endschutzung. Ja, da müsst ihr jetzt suchen. Ja, da müsst ihr jetzt suchen. Och, wer ist eine Sackasse hier? Hallo? Hallo? Ist die Helmwald? Hier ist dunkel. Ich brauch eine Facel. Hast du keine, keine, deinen Helm nicht an, oder was? Ich habe den Helm an. Doch, da gibt aber wenig Licht. Hier ist die Leiter. Bine. Ich habe gerade, ich habe gerade einen Schlitz gefunden. Hm? Dina hat ganz unten einen Schlitz gefunden. Okay. Bist du da? Ich bin da. Wo bist du? Bei der Leiter. Oh, okay. Wir sind schon ganz oben. Das ist alles. Blau, 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 blau. Blau, blau, blau. Hier. Stopp, stopp. Zurück, zurück. Hey, das ist gut. Gesunder. Danke. Ah, da ist sie. Kuckuck. So, jetzt rauf hier. Rauf. Los. Los, raus hier. Ich will nicht noch. Ah, nicht du wieder runter. Ich will nicht mehr da runter. Das macht's Aua. Nur wenn man falsch buddelt. Danke, 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 das buddeln. Ja. Aber du bist ja Feuer. schon falsch irgendwo gewesen. Nicht doch. Ein, eine Schüssel. Nicht Schüssel. Was? Ne. Eine Schiene. Eine Schiene, genau. Ich brauch auch eine Schiene. Ich hab Aua, Aua, Beil. Unglaublich. Ich kann mir das gleich schon immer less vorstellen. Aua, Aua, Beil. Beide humpeln einfach nur noch durch die Gegend. Mit dem Traktor. Ja, das auch. Wie macht man das mit der Schiene? Du gehst auf deine Karte. Person? Nein. Du gehst einfach nur in dein Inventor rein. Wurdest du gerade gefragt? Okay. Nur so eine Frage. Ich hab die Beine, der fragt dich dich. Wie sehr gut. Schalte mein, schalte meine Schiene. Gewöhn dich schon mal dran für nachher. Hä? 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 Äh? 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 Ne zuvor, aber wie tut man denn das wieder aufzuhalten hier? Hä? 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 Wenn er den Beinbruch weg hat und ich lach mich immer schlapp, wenn er dann sagt, scheiße, schon wieder Bein gebrochen. Und jetzt? Und jetzt kannst du weitermachen, ganz normal. Äh, wieder. Muss ich da hin was machen? Äh? Du hast die Schiene im Inventar? Ja. Äh? Und du benutzt sie genauso, als ob du was essen willst. Auch. Dreieck drauf und dann benutzen. Benutzen. Hab ich. Und dann müsstest du jetzt so ein Bein als Geschienzes Symbol haben. Ja. Hab ich. Dann hast du so richtig angewandt und kannst weiter arbeiten gehen. Äh. Äh. Nö. Ich muss halt gesund werden. Genau. Ich geh auch ins Bett. 2 Stunden. Machen wir doch gar nicht. Wir gehen ins Bett. Wir machen uns gemütlich hier. Ja. So. In meine Ecke. Ja. So. Nun kann man nur hoffen, dass wir keine Blutnacht haben. Steht das irgendwo auch, wie lange das alles da dauert? Ja. Wenn du auf dein, ähm, Charakter gehst. Ach du Scheiße. Eine Stunde, acht Minuten? Ja. Kann sein. Au. Okay. Ich meld mich krankenstand. Nix da. Es gibt dir keine kranken Meldung. Sag den Zombies, die sollen morgen wieder kommen. Weil du krank bist. Wenn die das machen, ist das okay. Äh. Gut. Wir geben die weiße Fahne raus. Ja. SOS. Ja. Geben uns. Dann weiß ich nicht, ob die Zombies das so akzeptieren oder ob die dann erst recht bei euch vorbeikommen zum Knabbern. Oder Rauchersignal. Wir schicken einen Deichsel voraus, der so Friedensrauch rettet. Deichsel? Deichsel sagt schon nichts mehr. Ja. Ich hab, ich hab Bohnensuppe da. Ich darf nix sagen, hattest du vor uns gehört. Die ist schon, wenn du gefragt gehst. Ich kann mir das gleich im LS so richtig vorstellen. Deichsel steht irgendwo auf dem Feld und sagt nichts. Ich muss noch was anfertigen. Macht ihr ne spezielle Karte oder? Baywatch. Baywatch? Komm. Wie heißt die Karte? Ostseeküste. Ah ja. Was? Ostseeküste. Ach so, ich war gar nicht gebraucht. Entschuldigung, erst geredet. Ach, herrlich. Aawy. Er wiegt wieder an der Goldwaage ab. Jupp. Anstrengend, dieser Mann. Dieser Mann wird kein leichter sein. Leute, ich trinke wirklich Energiebrink, nicht irgendwas anderes. Also, möchte ich nur mal eben festhalten. Klug, klug, klug. Klug, klug, klug. Ja, ich habe ja gesagt, ich hoffe, dass keine Blutnacht ist. Klug, 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 klug. Kakt ist Händeblim? Wer ist Händeblim? Wir müssen Aufmerksam unendet und stationsenen. Der Standbein hängt da. Den alten Leuten können das nicht machen. Hab ich das nicht gesagt. Halt! Halt! Ich brauche nur das Bein. Nein, ich bin auf dem Löse. Das kommt nicht hin. Wenn das so auch eine Schüle braucht. Ich hab schon noch. Kommst du noch ins Bett? Nein, Ben ist noch 15 Minuten gebrochen. Hätte ich das gewusst, hätte ich die beiden auch im Loch gammeln lassen können, bis das Bein fertig verheilt ist und dann sagen können wie sie rauskommen. Hätten wir es nicht so bequem gehabt. Der Ende wäre auch schon was eingefallen, dass ich zu sehen habe. Okay. Da sind noch die Scheiben drin, wie ihr seht. Da habe ich sie jetzt raus. Da sind auch noch Scheiben drin. Da sieht man das ja schön schimmern. Das wird auch noch lustig, wenn wir das Ding hier abbauen. Also erstmal wieder ab nach oben. Ich muss doch nur sitzen. Schön langsam. Ja, ich glaube so. Au, 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 au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Au, au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, au, au. der blut nach die beine klingel gestochen drauf die müssen wir auch noch weg machen alter noch so viel weg zu machen hier oben ist jede menge drin ist was irgendeiner tut essen ich nicht ich auch nicht das wird geschmecken was soll ich dazu sagen was soll ich dazu sagen nur dass du nicht denkst ich hätte über das lesen oder irgendwas ich habe das vorhin schon gelesen und wusste einfach nicht was ich dazu sagen soll jetzt rauf um die laterne abzubauen ein großes häufchen ja das police academy häufchen haben wir ja schon drüber gesprochen habt komme ich schon oben dran nein noch nicht wer von euch kennt häufchen von police academy wir fangen wir anders an wer von euch kennt police academy wieder da kennst du police academy häufchen ja der starke der starke da sein nur wird und um amt recht sein robo ja genau der das ist die typen und dann und eine hohe frauenstücke so also okay wir haben hier tatsächlich tut die komplette die möglichkeit hat dingen abzubauen auch hier wäre eine leiter gewesen da ist die leiter jedoch wir haben uns auf der anderen seite hoch gebaut und jetzt kann man die leiter nutzen läuft würde ich sagen kommen wir jetzt auch dran wir kommen wir nicht dran aber das ist halt so wild einmal da einmal da dann wir müssen mal dran kommen 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 wir schon dran das klingt bis nach hause wenn du wenn du mit teil klopft ja ich stehe wieder sehr weit hoch ich stehe wieder sehr weit oben okay das ist nicht so riskant hier runter zu jumpen also bauen wir das ding hier ab obwohl wartet mal ja das können wir auch weg machen weil wir können ja hier rüber gehen steiner die ich weg das ist ja egal so 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 was Kann man jemand bitte nachrechnen, ob wir jetzt eine Blutnacht haben oder nicht? Kann man ja ganz leicht ausrechnen. 119 geteilt durch 7. Ist das eine gerade Zahl? Oder ist das die 120? Weil dann haben wir noch eine Nachtzeit. Hier haben wir kein Metall. Das ist auch Stein. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Nein, hier drauf. Nein. Ja, nein. Da, ja. So ist gut. So, gehen wir mal hier rum. Da haben wir es. Was? 17 ist keine gerade Zahl. Und 120? 17,14. Also? Aber roten Hüten. Moment, doch, klar. Ist doch, die 17 ist doch eine gerade Zahl. Also, ne, eine ganze Zahl. Das heißt, wir haben Blutnacht. Ja, es wird ja schon roten Hüten. Ja. Wenn wir das noch nicht, ich werde es jetzt noch rausen. Äh, guck mal hier hoch. Guck mal, wie das Stadion heißt. Ja, es ist gerade Sonnenuntergang, Röte. Mehr noch nicht. Ja, aber sonst ist die Röte beim Sonnenuntergang nicht so. Ja, ich bleib die Nacht einfach hier oben hocken. Hehe. Und die Damen dürfen zu Hause die Stellung halten. Das wär's doch, oder? Alle, liebe Grüße von Dirk an alle. Ja. Grüß Gott. Hallö, ich hab's. Das wär's doch gleich, oder? Hm. Ich hab's vom Ingetuch. Aber wir haben jetzt schon gezwungen, dass wir dann so einfach wieder fragen. Nee, das bleibt leider nicht von der Entfernung. Da ist noch ein Bergwerk zwischen. Wieso? Wie lasst ich hier Eisen fallen? Alter. Äh. Deichsel. Guck mal bitte hier unterhalb von mir. Ob da zufällig Eisenklumpen auf der Straße liegen. Die müssen dann ganz schnell eingesammelt werden. bevor die verschwinden. Weil was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass ich voll bin. Du musst es bei mir ins Möbel nicht tun. Du witzvoll. Du weißt, wo ich stehe. Ja, musst du machen. Du wirst, das ist nix die Nacht. Hm? Das nächste Nacht ist die Blutnacht. Nö, hier ist nix. Okay. Hier ist nix. Und du bist hier sicher, wie, ne? Das nächste Nacht erst die Blutnacht ist. Haben wir irgendwie so vorige Woche ja besprochen. 120 auf 21. Ja, ja. Aber jetzt gerade hattest du ja nachgerechnet. Mhm. Und gesagt, die 119 ist eine gerade Fall. Da müsste 119 auf 20 die Blutnacht sein. Okay, dann macht man halt noch ab und bis klaut da mal. Guck mal mal. Was ist jetzt euer Ernst oder kommt ihr nach Hause? Nein, ich bin gleich auf dem Weg. Als ob wir euch da jetzt... Ja, 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 ja. Na ja, ist nix. Ich darf hinter. Würden. Würden wir uns nie getragen. Das war's nicht. Also das... Wir auch nicht. Also das mit dem... Das würden wir uns nie trauen. Das möchte ich bitte nicht unterschrieben haben. Na, weil... Ich trau mich da schon, die beiden alleine zu lassen. Joa. Sie sind ja Kämpferin. Also das ist nicht das Problem. Da müssten die Zombies eher Angst haben. Aber ich hab kein Equipment hier, das ich die Nacht vernünftig überstehen würde. Aber hier im Haus war noch nichts los. Ja, das hab ich ja sonst auch gemacht. Wenn ich zu Hause bin, hab ich Ruhe. Und ihr habt unterwegs immer die Zombies. Steigler hat hier die Zombies. Ich hab Ruhe, ihr habt Ruhe. Ja. Könnt der öfters so sein. Und kriegst ihr aber keine weiteren Kills auf eure Statistik. Ich muss es nicht leben. Mensch, wir haben wir brauchen hier. Oh, ein 30 Sekunden. Jetzt wär ich fast hier runtergefallen. War der erste Matsch gewesen. Nee, das nicht. Hälfte ein bisschen gezogen, aber ich glaub nicht. Ich bin ja schon ein ganzes Stück weiter runter. Aber ich glaub, dann hätte ich auch ein gebrochenes Wein. Das ist ganz eindringend. Kann ich den, natürlich auch ein ganzes Stück weiterlaufen. Ich kann den ja nicht mehr mitnehmen. Oh, ich bin da nicht mehr mitnehmen. Von mir ist das nicht mehr mitnehmen. Und das ist ja nicht mehr mitnehmen. Okay, das muss ich nicht mehr mitnehmen. Ist nicht mehr mitnehmen. ich dachte du hast die die sportstadien von der freundfunk und draußen kommen sie die kommen da rein ich bin ich bin ich beobachte kann ich mich zu dir kommen oder kann sie die da noch nachkommen abfangen m wir haben heute wenn ich treffe dann kommt und kann doch ein mit Ich geh von meinem Muffet weg. Auch nicht schlecht. Auf die Frau geschossen. Und dem Typen dahinter den Headshot gegeben. Ich hab wohl von da hinten geschossen. Bogen schießen auf Level 38. Hier kommen immer mehr. Die kommen alle vom Spielfeld. Oh, diese Nacht ist Blutnacht. Es wird nicht so viele können. Ähm, du müsstest gleich mal eben zu mir kommen. Ich hab hier ein Riss, was ich nicht mitnehmen kann. Unter anderem Pistolen-Munition. Ein Muffet ist offen. Du kannst das direkt reintun. Okay. Ups. Ich wollte nicht nur fett fahren. Kofferraum auf. Hehehe. Kannst ja Sachen reintun. Das Ding ist voll. Ach so, ist voll. Scheiße. Ich hab gerade gedacht. Geh weg. Oh, von vorne. Von der Seite. Geh weg. Geh weg. Also können wir uns drauf einstellen. Bis gut noch. Ja. Das meiste. Ja, ich schiebe es mal wieder drüber. Kommt mal eher außer drinnen gekommen. Ja. Nein. CE-Fehler. Wir kommen wieder. So. Da bin ich auch schon wieder. Ähm. Ja. CE-Fehler. Ist was doofes. Aber stecken wir nicht drin. Einmal kurz im Twitch-Chat Bescheid sagen. In der Zeit können wir das schon mal. So. Für alle, die die drin geblieben sind. Die haben jetzt die Info. Genau. Die ist dabei doch. Ich hab irgendwie eine Blase am Finger und ich weiß nicht warum. Zu viel gezockt. Nach Quatsch. Ich hab die letzten Tage nicht wirklich viel gezockt. Ich war vielleicht in einem Game drin, ja. Aber hab dann irgendwie in der Ecke gehangen und bin teilweise auch am Schlafen gewesen. Ich hab das gemacht, bin bei ARC rein. Weil ich dachte so, okay, bisschen Ablenkung und alles. Ende vom Lied war, ich bin eingeschlafen. Als ich wach wurde, stand ich hinterher immer noch an der Werkbank und ja. Hatte Kohldampf. Im Game. So. Umgebung wird erstellt. Okay, die Leichen sind da. Ich höre gerade nichts. Ganz schnell Einladung. Das heißt, ihr habt jetzt leider noch mal eben einen blauen Bildschirm. 1, 2, 3. Bestätigen. Abschicken. Eie, was ist denn passiert? Kurz war ich weg und spuck. Weg. Eie. Ui. 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 Wier mal fallscio. Ui. Ui. Hammacher denn noch was wir verwerten können? Ach so, das sind nur Vitaminpilen. Die Vitaminpilen benutzen. Das gibt nicht anders ohne dass man neu startet. Ja, ach, was ist ja. Ja dann muss da eben neustarten. alle guten dinge sind drei oder wie heißt das so schön einladung ist raus ja so kann das mal passieren so haben wir denn hier was da drüben auch liegt also erstmal nehmen dann kann man noch was was jetzt da das kann weg dann haben wir glaube ich alles kann rüber ich bin ich alleine sind alle da gleich ich muss erst wieder reinkommen ja nur wir sind gerade mit fehlern getrennt worden vom game und deswegen sind die anderen gerade drei ihre games neu zu starten um wieder rein zu kommen oder das ist nur vorbeugnacht passiert ist nicht haben wir nicht geworden aber nein 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 ich habe halt im chat unterhalten das gibt es gibt zu essen die guten rufen die kessel chips oder so was hast du am mann an material sachen schießpulverplaster und gläser papier und pillen volle oder leere gläser dann weil ich müsste mal eben schluck trinken ich lasse jetzt gleich mal 23 leere gläser fallen trinken nummer eins na du stehst drauf gehen wir weg ja alle anke da bleibt ihr liegen ja das ist eine hier ist noch mal papier hast du im moped das weiß ich ich habe es leider nicht mehr im inventar ich weiß nicht hast du noch was im inventar in der hinsicht verrottetes fleisch kann weg hier vorne ist noch ja ich mache hier gerade noch so die die letzten sachen von der straße mal weg kannst du gerne mit helfen wenn du siehst hier liegen noch ein paar leichen hier ist noch munition drin kannst du die mitnehmen hier sind wir noch nicht live ich bin live echt steigst mir nicht an das kannst du nicht hier stehst du stehst bei mir auf nicht live aber hand bist du mit drin und schreibt er hat sie wieder gefunden hier liegen noch steine rum schmerztabletten wer braucht und schmerztabletten wir sind doch schmerz wir sind schmerzfrei du bist gut aus einfach ab ja ich hab doch gesagt wir fahren ist eine halbe das nirgendwo wir fahren nach hause sollte merkt dass wir fahren nach hause erfährt ich das laufen kann man kann auch mit weniger mit wenig glücklich sein richtig wissen du ich stehe noch hier vorne und bin gerade noch am looten hast du federn bei dir schon sein wird fliegen die raus und können die neues von so ich habe noch ein bisschen platz mein ding ja da vorne am nest er hat noch platz aber guckt nicht hier in die fahrzeuge rein hier ist noch ein bauplan drin bitte ich bin ich jetzt bin ich nicht mehr jetzt bin ich voll was ist das für ein bauplan nagelkeule aber eben kann ich nur mitnehmen den kann ich mitnehmen ja ich habe uns noch mal eine reiste noch eben platz frei da will der gar nicht will der gar nicht voll gelootet weg hier haben wir noch öl wir haben besucht ja dann einmal bitte drum kümmern knochen brauchen wir das so schön ruhig hier ja weg die namen brauchen wir nicht haben wir jetzt nur pflicht angelassen dann fahr mal nach hause und helft man den da auch so apropos damen helfen da ist wieder blau jetzt ist kitty gelb und bienengrün da war eine kaktusse wahrscheinlich jetzt der schwung der vorhin bei uns war gegen den google wir haben es zu uns geschickt das denn in der wiese westerüriot gefördert tasche okay das habe ich ja noch nie gesehen das war dann auf moped schieß drauf das einfach so eine tasche rum liegt das habe ich auch noch nie gesehen sonst immer so wenn irgendwo was steht okay aber einfach so habe ich noch nicht gesehen neben haus neben dem auto oder sowas ja das kennen wir doch wie das rucksack in der freien wildball fliegt eine sporttasche ich habe nur rucksäcke habe schon in der freien wildball ja dann habe ich auch ich habe gerade eine einfache tasche gefunden ich habe ihn noch gesehen ich war gerade da hinten am horizont angucken was da alles so sport und in dem moment als ich nach unten geguckt habe war zu spät dem kaktus auszuweichen jetzt gleich geht die zombie party los ok wir haben blutnacht so dass sich der himmel färbt ja dann munition holen waffen holen essen trinken genau medikits und dann müsst ihr gleich anfangen und ich komme dann dazu weil ich komme jetzt erst hier gerade entlang so viel munition wird da verballert braucht noch jemand bandagen oder hallo haben wir hier hat was sechs bandagen zwei schienen nur ich kann nichts mehr mitnehmen und was hat die leichte drin wien stehst du ja da oben geh mal eben und hol die sachen aus der leiche weil für bände ok die brauchen wir nicht so häufig aber die schienen die komma gebrauchen so dann wollen wir mal ausräumen also wir haben auf alle fälle sehr gut gelootet kann man nicht anders sagen wieder sehr viel zeug mitgebracht moment der geht wieder zurück den nehmen wir wieder mit müssen wir uns gleich noch was neues zu essen holen packen mal so auf seite dann bin hier alles drin hier armbrust auch mal munition schön aufgefüllt können die wir zurück die magnum mit 300 schuss sniper mit 600 schuss sollte ist durchgeladen ist durchgeladen sehr schön aber zu essen braucht wir essen wir essen einmal wir sind gerade gar nicht hungrig okay immer die vier mit stimmt der fall und hinauf vier leute vier ecken jeder in eine ecke gucken ob was kommt ok ich bin wieder hier vorne ihre lieblings ecke das heißt ja nicht dass die auch hier kommen die ganze in die ecke los ab in die ecke ja sonst siehst du nicht wenn die da den berg runter kommen ja und jetzt gleich kommen sie von hinten hatten wir lange nicht mehr richtig aber guckt euch an wie schön rot der himmel wird im winter ist es immer herrlich wie sagt man da immer so schön die engel sind am backen am kacken und jetzt stellt euch mal vor leute wir hätten da unsere ganzen lagerfeuer schon an dass wir so brennenden kranz um die festung von uns herum hätten das sehr geil aus weil keiner bäume pflanzt und abhakt abholz sind bäume sind gepflanzt sind bäume sind gepflanzt aber da sind wir ja geflogen jetzt auch müsstet ihr nachher mal schauen so guckt noch mal dass euer essen voll ist und euer trinken schön einmal noch trinken und ruhig bin ich nicht okay nehmen den großen scheinwerfer na wie sieht es bei euch aus kommt schon was ist ja auch noch nicht 22 uhr naja die sonne versinkt gerade hinterm berg aber trotzdem die bereiche im auge behalten können schon kommen das ist klar in die preise ja je nachdem welche handys besucht ist teuer steht jeder in der südost ecke stehen zwei einer müsste bitte noch in die nordost ecke ok ich bin gespielt das heißt unter umständen kommen die von hinten steht einer von euch in der nordost ecke das war nur der erste schwang schwung schwarm das wollte ich sagen aber ich höre da noch was prügeln irgendwo bei mir nicht muss irgendwo da kommt mal einer gekrabbelt irgendwo bei euch hinten so los geht's jetzt nochmal aufgeteilt drei zocken bei mir geht es gerade los hier mit den ersten hunden aber das heißt noch nichts okay von vorne kommt einiges bei mir auch ach ja bei kittin ja um zu gucken von wo die kommen jetzt kannst du natürlich vorne zur kittin zur hilfe weil die kommen von vorne da kommt jetzt auch nach vorne zu mir jetzt ist momentan hier ruhe ja dann sind wir wieder hier an der ecke dann könnt ihr auch hier rüber kommen aber haltet ruhig noch das vor so im blick wenn ihr von links rüber kommt hier bei mir geht's dann mit da in 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 ich will immer auf die bäume schießen ich höre irgendwo herzen ja ich habe die musik gut gehen auch ja kein ihm endlich jawohl er ist tot gut gemacht Schön nach rechts, also Richtung Westen. Das ist gut. Kitty? Ja? Wo schießt du hin? Ich schieße dich gleich, unterstütze euch hier. Gut. Ja, die Kommission wird jetzt aufgeschütteln. Das war ich. Jetzt koordinisierbar. Ja, ich dachte, du schießt weiter rechts. Ja? Vielen Dank. Das war ein Rettung. Links hört sich böse an. Mädels, alles gut bei euch? Polizist war da. Also, gut gemacht. Wenn ihr nicht spuckt oder explodiert, habt ihr alles richtig gemacht. Gespuckt habe ich schon, das habe ich eben gehört. Solange der nicht explodiert, ist alles gut. Weil das Spucken, ja, ist okay. Das ist richtig gefahren. Komm. Das ist screwdown. Screwdown. Die Före wieder ein Bullen. Sieht einer von euch den Bullen irgendwie? Das ist gut. Ich bin jetzt mal hier. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ... ... ... Da krabbelt sie man. Nee, ich gebe ja auch auf die Rüte. Ich höre auf meinem linken Ohr, also bei den Damen, irgendwo wieder Herzblatt. Ich habe ihn im Visier. Gut. Sehr da hinten. Ah, das sieht dann noch aus. Oh, das ist explodiert. Explodiert. Deswegen, wenn du den im Visier hast, würde ich was sagen. Mal dann kurz gemeinsam drauf schießen. Weil, wenn die nicht explodieren, haben die meistens Munition drin. Oder auch noch, äh, oder gute Waffenteile. Oder fertige Waffen. Ja, schon. Nur gestürt. Ich versuche, mich schon wirklich, äh, Slipermäßig in der Distanz zu killen. Ich darf auch mal sehen. Nee, ich weiß. Manchmal habe ich mal einfach die Beleuchtung, was fehlt dafür. Aber aktuell schieße ich mich da hinten gut ein. Das heißt, das wäre gut, wenn ihr hier vorne die Barrikaden direkt im Visier habt. Da kommt einer. Da kommt einer. Ah, da ging der Schuss vorbei. Ich muss tatsächlich noch ein Stück warten. Jetzt bin ich jetzt nicht mehr dran. Das war ganz schön. Und da kann ich mir sagen. Ich muss es nicht mehr mehr. Ich muss es nicht mehr machen. Ich muss es nicht mehr machen. Ich bin schon am Schießen. Auf dem Bullen? Ja, ne, der Bulle. Ich höre irgendeinen Rechts-Herzschlag. Gewehrstufe 44. Ich bin 39. Nee, 32. Ja, vielleicht ist aber die Pistole schon um einiges weiter als ich den Revolter... ... 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 Ja, das ist auch noch. Einer von euch mit der Schotflinze? Ich grüßt. Ich schieß am leisesten. Ich werde dann wahrscheinlich runtergehen. Ja. Gehst du zu? Die Damen können sich Ausdruck von Looten geben oder Feuerschutz geben. Ich schieße die Schotflinze. Da kommt wieder ein Hund. Biene, bei dir alles klar? Alles gerne. Klingt immer so, als ob da irgend... Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich finde das cool, wenn du bei den Brennenden, wenn du auf die schießt und du siehst natürlich im Dunkeln nicht, ob du getroffen hast oder nicht, dann siehst du auf einmal, wie diese zwei läufenden Augen entweder von jetzt auf gleich verschwinden, dann weißt du, hast du den Kopf getroffen oder wenn die auf einmal Richtung Boden sacken? Ich bin fertig. Ich war zu warm und bin bei hoher Kreuz gelösen worden. Oh, hier fliegen die Köpfe alle weg. Sehr gut. Headshots habe ich schon wieder rausgekommen. Die TV läuft. Blutig. Aber Kitty redet gerade nicht, die ist hochkonzentriert. Die ist gerade voll im Modus. Die sind hochkonzentriert. 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 Die haben hochkonzentriert. Er ist hochkonzentriert. Die sind hochkonzentriert. Das war's. 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 hast du mit scharfecuzen. die war geschossen. ich habe zur ersten. nur mit armbrust geschossen. aber am anfang mit scharfecuzen ... aber wiener hat verdammt gut geschossen kitty kann ich nicht beurteilen da habe ich zu wenig gesehen weil ich sie hatte überhaupt ein töte gemacht ja glaube ich ich sag ja nur dass ich das nicht beurteilen kann das musst du sagen weil ihr habt auf die gleiche richtung geschossen ich weiß nicht wie viele hatte sie vorher 20 oder so was und jetzt 80 knoppen da kommen ja auch permanent zombies wie war das ist das gammelfleicht braucht man nicht mehr die pizza stückchen höchsten ja die das machen wir gleich erst mal noch hier auf posten bleiben nicht dass ein wechsel da gleich weit auf den kopf fällt auf den kopf fang eine leiche zum beispiel der kenne hat auch so einen schulterafen mit der partyhut ich weiß es nicht keine ahnung ich bin ich bin so lieber sonntag hat sich lustig gemacht über mich weil ich mir das erste mal gebrochen habe mit mir zusammen er hat sich öfter die haxen ist richtig deswegen kann ich immer über andere und noch hier sind doch ihr mich immer aus wenn ich nicht bin geheilt ich bin geheilt der anderen eine grube gräbte hat ein grabgerät kennt doch jeder das ding da braun man gar nicht reingucken nehmen wir hier die kiste ach gottchen wie ist ja auch voll ist ja alles voll hier muss unbedingt jemand hallo grüß dich Mr. Toilet Mr. Toilet Mr. Toilet it's too late ja mein Auerchen ist schon weg gottchen Dank mein Auerchen nimm ich jetzt meine axt mit damit ich draußen eben noch die holzdinger weg machen kann die da entstanden sind da ist sie die kraken party hallöschön Mr. Toilet so Deichsel wie sieht es unten aus sehr gut rauskommen rechts rum bitte da sind noch jede menge leichen ich bin immer noch dabei links rum zu gehen und nimm ein Messer mit um die Leichen direkt weg zu machen ne mhm so mhm mhm hallo Mr. Toilet äh what äh ich hatte jetzt gerade Werbung vor deinem Stream ja so äh weil du kein Abo mehr hast bei mir du hattest ja letzten Monat hat man dir ja ein Abo bei mir geschenkt und wenn du äh Abonnent bist hast du keine Werbung bei mir ansonsten auch immer nur ein Monat ja das hält nur immer ein Monat das ist ein Monatsabo und ansonsten hast du halt ähm vorher einmal kurz Werbung und dann sollte das passen ui da kommt ja nochmal was oh da ist nochmal ein Bulle ah bei den Damen oho wo ist er Deine Gewinnung zu spüren wir brauchen Hilfe äh Deichsel los komm raus Biene ist geflogen Kitty steht da gerade alleine oben die die jetzt wechseln wir uns ab ich brauche hier Unterstürung ja ich bin doch draußen und ich schieß schon mit drauf du hast bin ich nur wieder nicht nur ich hab keine Schusswaffe dabei nicht explodieren nein hallo 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 Halt 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 Quatsch ähm ähm Deichsel du kannst nach unten gehen ja ja die 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 ist auch tot dann gehe ich wieder nutzen hier komme ich gleich in momentan ja also jetzt raus links rum und dann ja die schreien unten weil die spitzen stehen die kriegen da unten schaden wo die damen sind genau ich gehe mal zurück also ich hab schon mal zwei schienen falls sich jemand sein also wenn die zahl der ankommenden zombies immer mehr steigt so wie das aktuell den anschein hat werden wir bald noch mehr muss loskisten brauchen für das nutzen nach der zombie nacht die müssen dann frei sein darf da nichts drin sein da schreibt sind da schreibst du rein nur ja auch die muss eigentlich immer freien sein und ja die baukiste die hat ja auch jede menge zeug mit der freile drin oder was da ist auch verächtet was würde man haben sagt mir doch weil ich auch das nix ich weiß nur so das gleiche ich habe gesagt ja gesagt mehr war nicht bühne oder kitty kann man eben eine von euch auf die ostseite rüber kommen und mir mal sagen ob hier noch irgendwo eine leiche liegt die ich gerade bekommt ich sehe genau so hier drüben auf dem stück weil hier sind jede menge beschädigte stacheln die auch weiter richtung wand sind aber ich sehe hier nichts deswegen immer immer hier lang und guck mal ob hier irgendwo was ist ob meinem ist warm ziehen wir uns doch mal eben um ob da irgendwo noch leichen liegen okay das ist die interessante frage aktuell okay bin auf dem weg hier ja das ist ein stein im boden alles gut dann die andere richtung kitty also ob hier irgendwo noch was ist wenn nicht kannst du wieder zu biene zurück gehen das loch beschützen und ihr müsst das loch beschützen so dann gucken wir mal ich habe ja auch den ein oder anderen hinten erschrocken da ist der beweis dafür die zwei klamotten kisten sind schon voll aber hier ja da waren wir noch nicht da kommt gleich dazu und hilf weil da geht es einmal kurz hin machst drei leichen und dann ein bisschen overload deswegen ich hoffe dass deichsel jetzt gleich vom keller hochkommt und mir hier oben noch hilft und dann machen wir das nämlich so ich gehe zuerst an die leichen solange ich noch platz habe wenn ich nichts mehr aufnehmen kann beziehungsweise deichsel geht dann hinterher alles was ich drin lasse macht er weg weil dann haben wir nicht das gleiche drin und brauchen nicht so gesehen doppelte kapazität nutzen deswegen hoffe ich dass deichsel schön leer vielleicht nach oben kommt die nägel die kann ich verwerten warum haben wir jetzt schon eine fackel bei mir drin keine ahnung warum nein eigentlich nicht das sollte nicht du bist unheimlich abgehackt bei mir ich weiß nicht ist sie bei euch beim sprechen auch abgehackt ich brauche hilfe ich komme gleich erscheinen reicht ich habe hier munition die ich nicht mitnehmen kann ich habe hier Oh, Waffenteile. Die Taschen, die ich liegen lasse, die sind irrelevant, ne? Das ist halt so Gammelbrot, vergammeltes Fleisch und sowas. Wenn du dann gleich siehst, dass da irgendwo noch eine Leiche rumgammelt, dann musst du mal reingucken. Was? Ich kann nichts mehr verwerten, bei mir ist voll, äh, okay, ja, dann gehen die weg, so einfach. Kann man bitte jemand mit mir reden? Ja. Danke. Aha. Ja, die Biene hat ja gerade technische Schwierigkeiten, würde ich das jetzt mal ganz viel voll nennen. Leichsel, du läufst hinter mir her, ne? Im ganzen Beutel, was ist mit den Beuteln? Das ist alles vergammeltes Fleisch, da lang, ja, da sind noch wichtige Leichen. Vergammeltes Fleisch, vergammeltes Brot und sowas, das ist das. Hier ist noch was drin. Ja, Biene hat die Party verlassen, das heißt, die wird auch gleich aus dem Spiel rausfliegen. Oh, da ist hier auch aus dem Spiel raus. Hier rechts von mir die Leichen erst mal. Wir müssen auf alle Fälle die Kleiderpisten, die sind ja eh alles früllen, alles früllen, Ja. Langsam kommen wir in dem Bereich, wo ich nicht mehr abbauen kann, weil ich keinen Platz mehr im Inventar habe. Das geht nicht mal rein, oder? Ja, das geht nicht. Das geht auch schon mal lernen. Aber ich tue das gleich so einfach, Junge. Äh, Deichsel, nimm doch hier noch Sachen mit, weil es gibt ja hier noch Sachen, die du mitnehmen kannst, die du im Inventar noch hast, weil dann laufen wir nicht für die gleichen Sachen drei, vier Mal. So, und, äh, mir kannst du im Endeffekt, ähm, Knochenfett, äh, hinwerfen, was du halt hier aus den Zombies rauskriegst. Ah, Junge. Ja, dann hast du doch noch Platz im Inventar. Hm? Genau. Da ist sie wieder. Ja. 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 Na, ich höre sie noch nicht. Na, ich höre sie noch nicht. Ja. 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 Du hast, du hast aber doch jede Menge Sachen, die gesteckt sind, ne? Ne, sind viele, ähm, bloß, ähm, Sachen. Also, ja, okay, ne, dann musst du wirklich rein. Ich dachte, du hast noch einige Sachen, die gesteckt sind. Ich habe dir eine geschickt. Ähm, inne auch. Ah, ja für euch. Ja, doppelt hätte besser. Ich nehm von die Bühne. Ja, so, ja, genau. Ha, 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 ha. Meine funktioniert vielleicht gleich. Ja, ich... wiener kannst du rauskommen kommt der räum der stadt in den keller lehrmacht ich werde es nicht in die kiste zu nicht was ist gleich deswegen der braucht länger wieder wieder da ist also deine meckern kiste ist schon voll viel platz ja nicht damit was du kannst überall wo nicht neu dran steht da leer machen und dann meine folge ist rein der machen gehen ich bitte wieder rauskommen ich versuche schon das ganze die ganzen sachen man also stapeln kann die ganzen sachen versuche ich gerade schon mitzunehmen so dass ihr halt wirklich die sachen habt die man nicht stapeln kann gibt aber auch sachen die ich tatsächlich nicht mit kriege wie momentan die patronen hülsen ganz müchtig ist ja verwerten und das wäre ja schmarrn wenn wir sie ja brauchen und da liegt ja auch noch eine leiche damit ich glaube mein messer übersteht das hier nicht die 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 Ähm, Biene? Mhm. Guck mal wo ich stehe. Der hier ziemlich genau an der Ecke, ne? Ja. Ähm, erstmal nur hier zu mir rüber jetzt, weil ich muss hier auf der Spur jetzt erstmal zurück. Wie zurück? Ja, irgendwie. Kannst du das hier mal eben bitte einsammeln, bevor das verschwindet? Das sind nämlich Patronenhülsen. Genau. Und dann die anderen da. Und dann, wie gesagt, nur erstmal an die Zombies ran, wenn du drauf guckst, wo kein Neu draufsteht. Die meisten Neu da drüben, äh, haben nix gehabt. Ja. Äh. So, jetzt mein Messer kaputt. Okay. Also Zombies, äh, wo draufsteht, dass die leer sind, bitte einmal abdauen. Hm? Ach so. Okay. Da ist nur Sandwich drin. Sandwich und Wasser. Ach, Wartchen, ey. So viel Wassergläser, wie wir von denen kriegen. Ich hab mir ja letztens noch Gedanken gemacht, wie wir das mit den Wassergläsern machen. Vor allem, wenn wir so viel Lebensmittel produzieren. Ich überlege gerade, wie wir die ganzen Wassergläser gerade reingetragen kriegen. Hm. So, ich geh jetzt eben noch hier die machen, die hier liegen und dann geh ich eben rein. Wie? Die, ne? Mhm. Dann mach ich mir auch direkt ein neues Messer. Und dann, ja, ja, alles klar. Naja, da scheint keiner durchgekommen zu sein. Äh, da, 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 da. Hi. Hi. Ja. Ja. Ganz unwesentlich. Deswegen mach ich die klein leer. Oh, Kitty? Die hat scheinbar echt Probleme mit meinem Netz gerade. Hm. Nein. Die wollte ich nicht wegräumen. Meine. Ja. Ja. Den Schluck trinken. Können wir auch wieder da rein. Ja, auf alle Fälle müssen wir auch, ähm, als nächstes dann nächste Woche so, äh, das Zeug verkaufen fahren, weil das gar nicht voll ist. Dann müssen wir zu zweit fahren. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm. Ich weiß nicht, wer dann nächste Woche mitmachen will, ob das Diene ist oder ob Skitty ist. Oder beide. Oder beide. Eisen. Eisen zu. Reparieren. Warum ist zerbrochenes Glas in der unteren Kiste drin? Ach, okay. Wir haben ganz rechts im Ofen kein Holz mehr drin. Aha. Also in der unteren Kiste, wo, äh, auch deswegen ist das, äh, mh, alles klar. Was? Deswegen, äh, geht das Ding nicht weiter. Nein, nein. Das hat, äh, nichts damit zu tun, das war in der Holzkiste drin. Ach so. Ja. Oh. Hier liegen auch Leichen, die übersehen wurden. Hund, Biene, Hund, Biene. Oh. 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 Schöner. Komm her. Er ist an mir vorbei gerannt. Habe ihn auch. Schöner. Schöner. Neee. Schöner. Wenn du drohst zu sterben, geh rein. Das war hier. ja alles gut wir machen ja jetzt auch nur noch und mehr machen wir heute ja eh nicht mehr weil wenn man fertig sind mit dem looten ist ja heute die schicht ist doof wie es jetzt gelaufen ist bei dir ich hoffe dass das gleich bei deinem besser läuft denn leute für alle dies noch nicht mitbekommen haben geht gleich das erste mal in den landwirtschaft simulatoren mit deipsel mit biene mit bauer hanke also ja verpasst das nicht nach möglichkeit ich muss eben mal runter gehen noch ein paar leichen ja die ist aber dann unten ich sehe aktuell keine wiener bevor du rauskommst lauf bitte noch mal oben rum und gucken ob die schreierin oben oder unten ist ich muss nicht unbedingt in sie reinrennen wenn ich jetzt ja und wir haben also kann ich jetzt schon mal sagen was nächste woche ansteht holz organisieren flünderung level up vergammeltes fleisch kann das kann man noch irgendwas papier Papier? Was war das mit Papier? Die Tür sind voll. What? Okay. Ja, so geht das mal frei. Habe ich jetzt eh mal Knochen rausgenommen, die Tür ist hier. So, ich muss noch was geklamotten können. Warum muss ich die Klamotten nach Hause? Das war jetzt noch nicht. Ich hoffe mal, dass da nicht so viele Leichen liegen, wie hier vorne die ganze Zeit. So, ich bräuchte jemanden mal eben auf Verbrüstung, der mal guckt, ob wir alle Leichen haben. Oder ob ich irgendwo was übersehen habe. Nicht alle auf einmal. Nein, ich bin in der Runde, später nicht wo Biele. Juch. 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 Ja, was haben wir hier unten noch... Juch. Juch. Aber hier in das Gras sehe ich hier nicht unbedingt. also ich glaube ich habe alle aber wie gesagt ich brauche einmal eine bestätigung von oben ich sehe jetzt auch nicht auf mir als blick sich auch nichts auch nicht hier irgendwo im gras oder so sehr schön dann haben wir das hahaha einmal voll in die stacheln rennen hier weil ich kann ich wollte mal ausprobieren viel spaß macht ja man soll ja mal alles ausprobiert haben oder wie war das auf jeden fall ahornsamen brauchen wir nicht einsortieren die können weg klack 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 ich weiß nicht hört ihr das ganzen öfen ist ein stick gelegt ja das geht doch vielleicht mal in den anderen öfen was ein grünerer nein so und der klingt schön nah da muss er auch nah ich habe ja noch zwei sachen hier vergessen rauszulegen wasser kommt nach da kommt nach hat doch noch mal alle gegessen und getrunken ach wolltest du schon raus ist schon soweit fünf haben wir noch klamottenkiste anlegen da drüben wir gehen das nächste woche verkaufen alles was ja wie gesagt aber alleine vorstelle ich davon das mach mal so das habe ich die sachen durch den oma wieder ins internet dann wie hier eben noch raus schmeißen so und die moral von der geschichte leute wir hocken nicht ja ich bin hier ich sitze ja hier im bett macht sitzstreik bettstreik bekomme ich auch mal solche kisten was ihr da habt ja kannst du dir musste dir selber herstellen du gehst auf dein inventar und dann hast du auf der linken seite die ganzen sachen und da musste durchblättern mit r2 auf die zweite seite und da hast du dann eine gesicherte aufbewahrungskiste dafür brauchst du nur zehn holz dann kannst du die die herstellen machen wir nächste woche in ruhe noch mal leute etwas schön mit euch wir haben nur einen absturz gehabt ja also den melden also ja einen richtigen absturz hatten wir nur einen so und youtube ihr wisst wie funktioniert bewerten kommentieren abonnieren ihr drei es war schön mit euch ihr bleibt dran ich werde euch jetzt reden und ansonsten wir sehen uns morgen bei gemeinsam am samstag oder nächste woche wieder bei seven days bis dahin ciao ciao tschau 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 tsch